ZF ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Automobiltechnologie, das sich auf die Entwicklung fortschrittlicher Antriebssysteme spezialisiert hat. Und das Unternehmen steckt als erstes aus Rüstern in zahlreichen aktuellen Fahrzeugen und nun stellt ZF einen neuen Elektromotor vor. Damit hallo und herzlich willkommen auf Electric Drive, eurem YouTube-Kanal zum gleichnamigen Magazin. Der i2-SM-Motor, das hat nichts mit Social Media oder irgendwelchen anderen Aktionen zu tun, zeichnet sich dadurch aus, dass er ohne Magnete auskommt. Stattdessen wird die Energie für das Magnetfeld über einen induktiven Erreger innerhalb der Rotorwelle übertragen, was ihn besonders kompakt und leistungsstark macht. Wir sprechen somit über eine Weiterentwicklung des fremderregten Synchronmotors bzw. über eine Alternative zu den derzeit in E-Fahrzeugen häufig verwenden permanent magneterregten Synchronmaschinen. Diese nutzen, wie der Name schon sagt, Magneten, die seltene Erde für ihre Herstellung benötigen. Der i2-SM setzt hier neue Maßstäbe in Bezug auf Nachhaltigkeit, Leistungsfähigkeit und Effizienz. Durch den Verzicht auf seltene Erden werden wertvolle Ressourcen gespart und die Abhängigkeit von Lieferketten reduziert. Im Vergleich zu herkömmlichen FSM-Systemen reduziert der induktive Erreger die Energieübertragungsverluste um ca. 15%. Zudem gibt es keine Schleppverluste durch Permanentmagnete, was in bestimmten Betriebspunkten zu einem besseren Wirkungsgrad führt. Dank des innovativen Rotordesigns und der induktiven Energieübertragung benötigt der i2-SM bis zu 90 mm weniger axialen Bauraum im Vergleich zu herkömmlichen E-Maschinen. Von dieser Innovation profitieren dann später insbesondere Automobilhersteller, die nach nachhaltigen und effizienten Antriebslösungen suchen. Und das dürften ja eigentlich alle sein. Aber auch Endverbraucher werden von den Vorteilen in Form von effizienteren und umweltfreundlicheren Fahrzeugen profitieren. ZF plant nun, die i2-SM-Technologie zur Serienreife zu entwickeln und sie als Option innerhalb ihrer E-Antriebsplattform anzubieten. Kunden aus dem PKW- und Nutzfahrzeugsegment werden in Zukunft zwischen einer 400-Volt- oder einer 800-Volt-Architektur wählen können. Und wir sind gespannt, wie gut das funktionieren wird. Wir sind uns aber sicher, dass die Entwicklung und die Forschung richtig und wichtig sind, um die Transformation zu beschleunigen und die Akzeptanz zu erhöhen. Daher berichten wir auch künftig gerne über weitere News der Zulieferer hier auf Electric Drive. Hinterlasst da ja gerne ein Abo und ein Like für den Algorithmus. Und natürlich erfreuen wir uns auch über eure Kommentare. Liebe Grüße aus der Electric Drive-Redaktion, euer Jens. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020